Heyho Leute und willkommen zurück zu Tales of Crisis F. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht im Labor bei dem Humanoid stehe, wo wir die Kristalle gebraucht hätten. Aber es hat zeittechnisch einfach nicht gepasst. Und da wir nur noch diese Quest machen und Warriors Roost angehen wollen, gehen wir jetzt Warriors Roost erstmal an. Ich werde das noch nachholen, kein Thema, aber im Moment passt es einfach nicht von der Zeit her, dass ich offscreen noch das Zeug sammeln gehe und mit euch sammeln ist schwachsinnig. Und deswegen versuchen wir mal hier jetzt so weit wie möglich voranzukommen und auch die Gruppentournaments freizuschalten. Mal schauen, wie es klappen wird, ne? Oh, jetzt kommt wieder der gute Ansager. Und ja, da sind wir wieder bei den Schleimviechern. Die sterben aber allerdings ja immer noch easy. Ups, falscher Skill. Was, die leben immer noch? Ach, Mann, da sag mal einmal was, ne? Äh, sterb. Ja. So, das ist ja noch der leichteste Teil hier. Wir kriegen ja ziemlich viel EP, wenn wir sowas töten. Ups. Das war ungewollt und uneffektiv. So, was kam jetzt noch? Ach, Gottchen, ja. Die waren da schon ein ganz anderes Kaliber mit ihrem Scheiß-Rum-Geschieße und Wachen rufen. Wenn die die Golems rufen, wird's unangenehm. Oh, oh, nein, nein, nein. Nicht so viel Leben abziehen, bitte. Danke. Schöne Sache. Was, da ist noch eine gespawnt? Oh, Mann. Weg. Wunderbar. Das machen wir am besten immer so mit dem Charge da drin. Ah, da kann man relativ gut ausweichen dabei. Oh, boah, das da war knapp. Ich glaube, da hätten wir einiges an Schaden reingedrückt bekommen. Das, ja. Wow, die Viecher sind Viech. Äh, Viech, ja. So. Wenn da noch eine Nummer stärker kommt, haben wir ein richtiges Problem. Oh, damn it. Jetzt hat er echt noch so ein Vieh gerufen. Sind die vielleicht ein bisschen anfällig? Out of range, ja. Komm schon. Irgendwie müssen wir euch kleinkriegen. So, und gleich wieder. Die feige Taktik. Oder nicht genug Punkte dafür haben. Jetzt aber. Ah, Kumpel. Kommen da nicht wieder die Männchen gleich? Ich glaube, da waren noch zwei Stück. Und die waren da ein bisschen stärker, ne? Ich glaube, wir heilen uns mal mit einem unserer Grape Gills. Zack. So, jetzt bist du dran. Nein, wir hauen dich um. Mist, Golem. Bist doch low level, also bitte. So, und last jetzt, komm. So, jetzt haben wir Kabinister und Claw Wister. Ich glaube, du bist erstmal gefährlicher, aber... Oh nein, nein, nein. Wir versuchen es ganz normal mit... ...unerem... Ah, anzünden. Komm schon. Oh, es hat... Sie war nicht in Reichweite, war ja klar. Jetzt aber. Aber wir haben wieder nicht genug Punkte. Das war schon wieder eine knappe Sache. Das ist immer der Nachteil, wenn... ...wenn wir so viel ausweichen müssten. Komm schon. Gehst du weg? Ja, genau. Bequench mein Licht. Komm schon. So, ha. Blue Bellas. Das ist gut. Mit denen kommen wir erstmal klar. Ach ja, da kommen ja noch mehr. Da habe ich mich ja letztes Mal schon gefreut. Da wir dann Leben regenerieren konnten. So. Och, jetzt ein Elef Burst. Oh, perfekt. Komm schon. Na los. Mach. Stimmt, wir sind ja am Gentleman verreckt. Gleich noch eine Runde? Komm schon. Komm, komm. Oh, nee. Nee, nee, nee. Geh weg. Oh, oh. Uncool. Der Typ ist einfach uncool. Boah. Äh. So. Weakness. Äh. Ich glaube, da suchen wir uns was Neues artsmäßig aus. Mh. Okay, wir haben Gale Mord. Das ist immerhin etwas. Aber Infernal Torrent bringt jetzt nicht viel. Da haben wir doch was. Inorganic. Demon Fist. Shit. Shattersteel Swarm. Hm. Wir haben nur Gale Mord. Moon is blowing. Das ist noch gut. So. Shit. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Warte. Da können wir nicht durchstechen? Oh, der ist doch behindert. Was machst du? Was machst du? Uh. War nur das. Okay. Oh nein. Oh nein. Gehst du? Oh, das Ding trifft uns auch noch. Ich glaube es nicht. Gleich nochmal. Incineration Wave. So. Oh nein. Gehst du weg. Ich mag dich nicht. Oh. Ey. Der ist einfach krass. Au. Und das auf Chaos. Hör doch auf. Ist einfach ein bisschen sozialer. Ey. Incineration Wave. Nicht schon wieder. Ja. Lass mich doch mal was machen. Jetzt. Ja. 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 Treffer. Nicht wieder Kaffee trinken. Gut. Das trifft. Oh yeah. Ah. Jetzt kommt wieder das. Okay. Oh nein. Nicht schon wieder. Ah. Verdammt. Das hat sogar getroffen. Ich glaube wir heilen uns lieber mal. Ausweichen. 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 Oh yeah. Und ausweichen. Und angreifen. Komm schon. Jetzt verreck endlich. Ah. Du Arsch. Ah. Du Arsch. Oh. 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 Und so. Oh. Oh. Das machst du nicht. Du castest mir. Nix. M-m. M-m. Oh nein. Sind wir zu gierig. Denke ich. Komm schon. Stirb endlich. Geh drauf. Du Mistviech. Geh drauf. Schlechtes Timing. Oh. Komm schon. Ja. 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 Sorry Leute ey. Scheiße. Ich hasse den Typ. Und das alles auf Chaos. Ja. Und das war noch einer der leichten Gegner in diesem scheiß Kolosseum. Mann. So was King-Werling jetzt gesagt. Na ja. Wey won. Wey won. The challenger won. Aha. Wey. Okay. If you had a band. It would be on the field right now. But now? Oh. Now? Are you ready for this? When you see this battle coming. You'd best step aside. A lot of warriors didn't. And a lot of warriors died. But now a new challenger brings hope back to the peak. Will they be hailed as a hero? Or fall to the dustbin of history? It's time for the final battle. Get ready, get set, go. Schande, ey. Wir haben kein Item mehr. Nix, ne? Klasse. Naja, fängt ja einfach an. Oder auch nicht unbedingt einfach. Ich glaub, der lassen wir jetzt mal den Elef Burst. Ey. Die kann casten? Geh weg. Gib mir dein Leben. Was bist du? Ey. Nein. Nicht alles casten. Das ist nicht fair. So geht's jetzt nicht. Oh, wir haben die... Ah. Insinuation Wave rausgeholt. Äh, nein, nein, die, 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 die Infernal Tones, ja. Oh, nein, so geht's nicht. Ah, du hast getroffen. Unfair. Ah, geht alle kaputt, so. Volles Leben. Und jetzt? Ich kenn den Skill mittlerweile, du Idiot. Was ist er eigentlich? Ein Riffel Lister. Mhm. Ein Riffel Lister. Sehr, sehr... Äh, kreativ mal wieder. Boah, ihr hat Drecksfledermäuse. Ungefähr so kreativ, wie ich mit meinen Beleidigungen von Gegnern, ne? Oh, das hat getroffen. Okay. Zwei Stormheart Dragon. Okay. Sollte machbar sein. So, einmal aus... Oh, nein, das mag ich gar nicht. Die müssen mir nicht immer ihren Schwanz durch den Sicht ziehen, das ist nicht so cool. Ja, ja. Gipfelchen. Braves Mistvieh. Oh, oh, oh. Was, was? Steelet Twister. Mhm. Megastar, Lancebreak. Oh, Gott. Nein, du hast mich geslowed. Das ist nicht cool. Am besten noch versteinern, ne? Nee, nee, nee. Oh, nein. 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 Mann. Lass mich endlich hier weg. Ja, nein. Geh weg. Komm schon. Weg. Ah. Ist das so knapp? Mann. Ah. Schande, Leute, ey. Ich hasse das Kolosseum. Ich will Gruppenkämpfe. Einzelkämpfe sind scheiße. Und das ist noch mit Aspel, mit dem wir spielen können, ne? Äh, warte, was haben wir hier? Riffel Lister, Steelet Hister, okay. Egal. Wegult ihn. Ja, wir nehmen das jetzt einfach wegult ihn. Fertig. Okay, das funktioniert so nicht. Warte, nein, nein, nein. Boah, fies. Oh, too bad. So long for now. Come again. Ja, ja, ich hab was gewonnen. Danke. Wow. Fuh. Oh, man. Ja, ich will nochmal. Vom 26. Okay, wenn's sein muss. Ja, wir bezahlen den Scheiß. Her mit dem Futter. Los. Boah, fies. Bin ich da umgeschmissen worden. Mist. Naja, ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Das hatten wir ja schon. Wäre ja jetzt nichts Neues. Bla, 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 bla. Ab zum finalen Kampf. Stört, jeder Mäuschen. So, ist der jetzt schon aufgetaucht? Ah ja, da, direkt neben mir. Und diesmal kriegst du nichts großgecastet. Wirst direkt weggeschnitzelt. So. Ach, deine Fleder... Ups. Fledermäuschen können ja von mir aus casten. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Ach, weißt du was? Das Licht zerdrückt dich. So. Wow, wow, wow. Und weg mit dir? Ja. Kurz mal sammeln. So, dann... Ah, jetzt kam die. Gut. Und danach kam schon die... Ne, danach kam... Was kam danach? Ich weiß es schon nicht mehr. Schauen wir mal, was auf uns zukommt, ne? Womentlich keine zwei Gentleman's oder so. Ach ja, stimmt. Diese Sache. Da war ja nicht viel mit dem Ausweichen. Oh, und da ist es jetzt schon wieder... Kann sein, dass wir jetzt grad schon wieder verlieren, weil wir grad schon wieder geslowed sind. Oh, ich hätte einen Sirup benutzen sollen. Bring mir Burn raus. Das könnte uns wieder mal den Arsch retten. Kann der Effekt nicht mal bitte auslaufen? Komm schon. Boah, ey. Effekt. Jetzt endlich. So. Boah. So. Und jetzt kommen die beiden, ja. So, die muss ich wieder zusammen erwischen, sonst haben wir da die Probleme. So. Das war schon mal nice. Uh, nein, so nicht. Du kommst bestimmt von selbst. Ja, wunderbar. Und gleich hinterher, würde ich sagen. Oh, wundertoll. Ich bin tot. Ich hab das irgendwie anders gesehen. Nein. Ah, du hast mich noch getroffen. Zack. Oh, ja, das war's. Wow. Und ein Soul-Op nochmal mitgeschnatzt. War jetzt auch teuer genug, ne? Looks like this is the last four. Ich dachte, dass du diejenige sein kannst. Du kennst dich von uns? Du sprachst auf dieser Isle schon vor. Ich fühlte deine Kraft sogar dann. Wir sind froh, dass du von einem von den Guardians kennenzulernen bist. Es scheint, dass du die Länge und die Größe dieser Welt verlaufen hast. Wie kannst du so etwas wissen? Ich habe dich von hier gesehen. Keine Ahnung! Du kannst uns nicht auf den Topf einer Tauern! Ich bin in den Mountains. Meine Augen ist gut. Ich suche Informationen, die du mit mir kannst. Was ist Informationen? Ich suche etwas. Das ist ziemlich vage. Ich glaube, dass du uns das ist. Das ist das Problem, dass du ein Guardian geworden bist. Wir kamen hier, um unsere Kraft zu testen. Um gegen einen wundervollten Guardian zu kämpfen würde das Ziel. Hm, ich glaube, du bist richtig. Und wenn ich gewinne, dann erzählst du mir alles, was du wissen. Bekommst du? Bekommst dich. Hinter den Ohren. Also wenn ich den auf Chaos schaffe, bin ich wieder mal stolz auf mich selbst, ja. Mit was fangen wir an? Mit den Schadensreduzierungstiteln. Denn, was, Hubert? Nein, geh weg. Bah. Bah. Hab mich schon gewundert, dass da ein Titel nicht voll wäre. Hm. Denn der haut richtig gut zu, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Kann auch sein, dass ich damals etwas schwächer war, aber der haut trotzdem noch richtig gut zu. So, und wir schauen jetzt mal, ob wir den überhaupt besiegt bekommen können. Mit dem Level auf Chaos. Hat doch nur 576.000 HP, ist ja überhaupt nix. Ein cooler Schwarzman. Er ist so cool, dass er sich mit jemandem soliden lassen könnte. Okay. Dropped Items, Levi... Leviathan, so. Okay, wir müssen ihn besiegen. Fuck, der ist Level 90. Ach du, Kacke. Boah, der ist heftig. Gucken wir mal, was der jetzt drauf hat. Ähm. Cheria. Ach, hier dürfen wir auch nur den Kack benutzen. Dann würde ich die Sirup... Ah, das ist nur... Ähm. Ja, bitte auf mich. Und wir gucken jetzt mal, wie akko der ist. Au. What? Da sind schon die 50% Reduzierung dabei, ne? Oh. Äh, willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Äh. Und es gibt Leute, die den allein... Oh, nein, der hat ein LF-Projekt, das ist uncool. Ja. 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 Definitiv überlebt sie sowas. Ja. Weil sie einfach OP ist. Oh, komm schon, lass dich mal ein bisschen hier bearbeiten, mein Freund. Vielleicht kriegen wir dich ja tatsächlich irgendein Dauer-CC. Das wäre saulustig. Ne, das wäre erbärmlich. Hör auf, sich so viel zu verteidigen. Das ist uncool. Boah, das war doch Bloodflame, das eindeutig getroffen hat. Also, komm. Das läuft ja gar nicht so krass schlecht gerade. Jetzt läuft es wieder ungut. Kam schon. Ah, wir haben jetzt nicht mal die Combo reinbekommen. Au. Okay, ich glaube, das ist auch eine Sache vom Lernen und ein klein wenig Glück. Oh, schön CC. Sehr schön. Aber da ist er wieder in seiner Verteidigungshaltung. Boah. Gut, dass er nicht getroffen hat, ne? Komm schon, lass dich... Ja. Oh, nein, doch nicht. Oh, oh. Oh.